Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 23.10.2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 721 und wie gestern versprochen, leider erst durch den Tag heute ausgeliefert. Es war ein bisschen viel gestern, den Tag durch abends und wie auch immer. Aber auf jeden Fall, Opera 54, Outlook.com, Pishing, HomeKit-Kompatibilität, Elite-Universität, AAPL und Interbrand. Ich beginne gleich mal mit Opera. Der beliebte Browser, zumindest bei mir und bei doch auch einigen Nutzern in diesem Internet, hat ein neues Update bekommen in der Android-Version. Neu kann man viel und fleissig mit unterschiedlichen Designs rumspielen. Dazu schaut ihr euch das am besten, das im Beitrag verlinkt oder besser gesagt in Shownote verlinkte, im Beitrag dann schlussendlich verlinkte Video dazu an. Da seht ihr, wie ihr ein bisschen damit rumspielen könnt. Das Teil ist einfach wirklich schön und schnell, wie ich finde. Neu bekommt es auch eine Bitcoin-Integration. Bis jetzt hat es nur eine, in Anführungszeichen, nur eine Wallet, wo man Bitcoins verwalten konnte. Neu kann man auch mit Bitcoins zahlen direkt daraus. Und Zugang zu der Thron-Blockchain. Wie gesagt, alle Details dazu im Verlinkt in den Shownotes. Outlook.com hat ein grösseres oder ein kleineres oder ein mittleres Redesign bekommen. Redesign in dem Sinn, bis jetzt konnte man über Outlook.com Zugriff auf seine Mails bekommen. Man hatte natürlich die Möglichkeit, auf den Kalender zu gehen oder in die Aufgaben. Da wurde man aber jeweils in ein neues Tab geworfen und mit der neuen Übersicht und so weiter. Das Ganze hat Microsoft jetzt nachgereicht und in einen einzigen Guss gebracht. Heisst, wenn ihr in Outlook.com bei der Mails seid, könnt ihr einfach in den Kalender wechseln oder in die Aufgaben, ohne dass ihr in neue Tabs gehen müsst und auch eine einheitliche Übersicht habt. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt sollte ich nur die Weboberfläche davon auch nutzen. Smart Speaker haben wir hier immer wieder mal in unseren Geek Talk News Folgen, in den täglichen, aber auch in den wöchentlichen oder monatlichen Sonderfolgen. Und da ist ein grosses Thema das Thema Sicherheit. Damals, als Apple sein Homebot vorgestellt hat, haben viele Leute es moniert, dass da keine Skills mit drin sind. Ich glaube, Apple weiss schon, weshalb, weil das ist natürlich eine Frage der Sicherheit. Sobald da jemand, ob es eine Firma ist oder eine Privatperson, ein Skill dazu programmiert und vielleicht nicht ganz so viel Sorgfält darauf legt, kann man natürlich durch diese Skills Zugriffe gewähren auf das Smart Home System oder das Smart Assistenten System, das man nicht haben möchte. Und da ist Google genauso wie bei Amazon ein Riesenproblem anscheinend, denn durch diese Smart Skills bekommt man Zugriff auf das eigene Gerät. Bei Google wie auch bei Amazon, wie das Ganze funktioniert. Dazu lest ihr am besten den Beitrag vom Google Watch Blog durch. Da hat es auch zwei Videos drin, die eindrücklich präsentieren, wie das Ganze eben funktioniert und warum man vielleicht den einen oder anderen Skill wieder deinstallieren sollte, vor allem wenn man ihn nicht braucht. Gute Neuigkeit gibt es für all diejenigen, und wir bleiben beim Bereich Smart Home, auf Apple HomeKit setzen. Produkte wie die Arlo Ultra, die Ankündigung gab es ja schon vor ein paar Wochen, ist jetzt endlich kompatibel, heisst updated die Firmware auf dem Gerät und die App besser gesagt dazu und schon habt ihr Zugriff auf die Kamera direkt über das HomeKit. Sehr, sehr angenehm, sehr praktisch. Siri lässt grüssen und somit geht es gleich weiter. Weiter, jetzt habe ich fast Wetter gesagt, aber es geht um Wetter, genau. Die Netatmo Wetterstation ist auch mehr sofort Apple HomeKit kompatibel. Das heisst, ihr könnt jetzt direkt die ganzen Informationsempfangen über den HomeKit, ihr könnt über Siri die Temperatur in den einzelnen Räumen abrufen, Aussentemperatur und fragen, wie die Luftqualität ist, etc. Ich liebe sowas. Das Problem bei mir ist nur, ich war einer der allerersten, die so eine Netatmo Wetterstation hatten und somit habe ich die Version 1 dieser schicken Wetterstation. Ich habe gar nicht mehr bekommen, dass es eine neuere Version gegeben hat. Es gab dann mal eine Version 2 und mittlerweile sogar eine Version 3. Und jetzt die traurige Nachricht für alle, die ähnlich früh wie ich dran waren oder ein bisschen später. Version 1 und 2 bekommen keine HomeKit-Kompatibilität. Einzig, wenn ihr nachschaut und die Version 3, also Station V3 habt, dann gibt es das. Ich muss jetzt wirklich ganz stark überlegen, ob ich mir da die neue Version zulegen soll. Ein paar neue Module wollte ich eh mal zulegen. Vielleicht gibt es ja da irgendwo Bundles. Mal schauen. Tim Cook stösst zu einer Reihe von Namen, die in China eine Universität, eine Elite-Universität unterstützen. Und zwar im Sinne des Ausbildungsprogramms und der Verbesserung, der Optimierung bei dem Ganzen. Er löst dabei Jim Breyer ab, war Vorsitzender da und ist zusammen mit der General Motors-Chefin Mary Barra, dem Dell-Herrn und CEO Michael Dell und Herrn Zuckerberg tätig. Und die helfen eben der chinesischen Universität oder den Universitäten in China, besser voranzukommen. Es ist eine Universität, so rum, genau. Zu guter fast letzt habe ich noch eine Meldung. Anfang der Woche hat die Apple-Aktie wieder mal ein Allzeithoch erreicht und einen Riesensprung genommen. Und gleichzeitig wurde von Interbrand Apple zum siebten Mal in Folge als die wertvollste Marke gekürt. Das mit einem doch recht grossen Vorsprung. 234 Milliarden gegenüber Google mit 168 Milliarden gefolgt. Schlussendlich dann von Amazon, dann Samsung, dann Toyota, dann Mercedes, dann McDonalds, dann Disney, die immer noch 44 Milliarden haben. Also somit grosse Zahlen, wenn man es runterbricht auf die Schweizer Firma da. Die grösste ist mit 13,6 Milliarden Nescafé. Und Nestlé ist auch in den Top 10 und hat nur, in Anführungs-Schlusszeichen, 9,5 Milliarden auszuweisen. Auf Platz 60 ist die Firma. Ja, das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Heute in ein paar Stunden schon wieder, also um 4 Uhr nächsten Morgens, kommt dann wieder die nächste Folge regelkonform um 4 Uhr morgens online. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns morgen schon wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.